Hallo und Willkommen zurück zu Final Fantasy 7 und wie gesagt vor Corel. Ich gehe natürlich mit Exo mit, weil es ist auch wichtig Exo dabei zu haben und wir müssen da lang. Wir müssen zum Reaktor. Wir werden da wahrscheinlich auch Gegner treffen, die ich total ignorieren werde, weil es ist doch... Scheiße! Das sind doch Bomber, klar. Warum nicht? Ne, gegen solche Gegner will ich nicht kämpfen, die sind gefährlich. Sehr gefährliche Bomber. Und wie bald war es eigentlich nochmal bis zu diesem... Oh, ne. Ich hätte sagen sollen bis zum Reaktor. Diesen Weg hätte ich euch auch ersparen sollen, weil die kennt ihr ja schon. Und ich werde eh nicht kämpfen. Ich werde hier den ganzen Weg zurück klatschen. Nur... ...damit... ...damit am Ende... Was passiert beim Reaktor? Och, komm schon, haut ab. Haut ab und nein, ich will nicht, dass ihr als viele da ausseht. So... 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 ...da da da da... ...da... ...da... ...bogen rett schneller... ...ja, halt, dass er kann nicht mehr. ... ... ... ... Angriff von hinten... ...ja, da können wir ja leicht... ... abhauen. Wenn wir da präventiv Angriff haben... äh, Angriff haben. Ja, wir machen Anschlag auf die Gegner. ... ... ... ... ... ... ich muss noch was zum Speichern... ... ... ... ... ... ... ... ... Tor. Ja, ja, ja. Oh, was zum? Er hat mich angeraucht. Rauchen ist ungesund. Ah, Mann, hör auf! Bin ich jetzt dran? Kann ich abhauen? Danke. Oh, Mann. Jetzt sind wir da. Supi. Und hier geht's auch gleich los. Da sieht man die Shinra. Hi. Ihr seid... Ja, wir sind... Aber was sind wir? Die Guten. Durch aufs Fressbrett hauen. Ach, super. Hier, friss Feuer. Oh, ja. Ich kann nicht sehen nichts. BAM! Voll gebürstet, Alter. Wie, der versucht, mich jetzt wieder einzuschlefern. Ja? Was versucht er da? Auf jeden Fall ist er tot. Egal, was er versucht hat. Tot ist tot. Und meine Energie sieht irgendwie besser aus, finde ich. So schön... Ich denke, für den Augenblick sind wir sicher. Äh... Mist. Spring drauf! Das ist der Doomtrain! Das ist der Doomtrain! Äh, drauf springen? Wie wär's? Hallo? Der haut unser Hab. Sehr ganz so aus, als würden sie mit der Zorussensubstanz in diesen Zug bestimmen. Ach, nee. Sag bloß. Nein, verdammt! Ach, nee. Das war die Falschstellung. Nein, ja. Verdammten Hammerköpfe. Hammerkopf? Denen nach. Würde ich mal sagen. Hey, weißt du, wer ich bin? Ich bin Mugen, verdammt nochmal. Verstehst du? Und jetzt lass mich einfach machen. Ich habe einen Plan. Mugen! Hey, 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 hey! Hinterher! Ob das reicht? So, was müssen wir doch mal... Ach, Mann, jetzt bin ich schon wieder müde. Und das müssen wir mal machen. Wie können sie nur das stürmen, deine Stahl? Keine Ahnung, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ah, was? Keine Ahnung. Ich kann mit sowas umgehen. Zwei Hebel, einer links und einer rechts. Ja, okay. Ah, so. Man muss nur beiden Hebeler fixen und runter, oder? Wenn man die Geschwindigkeit des Sunnys einrichtet, würde ich sagen, das würde etwas hier nicht dauern. Wir werden fliegen. Haltet euch first! Los, 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 Los Oh, schneller. Okay, wir werden springen. Springt mal. Wir haben nämlich nicht so viel Zeit. Ah, natürlich. Auf jeden Ding ist ein Feind. Wir können nicht entkommen. Wir müssen kämpfen. Da würde ich mal sagen... Ah, ein Sprung. Ähm... Ja. Hallo! Also... Deswegen durfte ich auch gerade kein Zauberwirken. Weil er mich gestummt hat in dem Moment sogar. Bäm. Bäm. Stirb! Stirb! Stirb einfach! Stirb einfach! Stirb einfach! Okay, er ist tot. Ähm... Ich sollte mich nicht zu lange mit solchen Feinden aufhalten. Haben wir Blitzzauber? Wir haben Blitzzauber, ne? Können wir gleich mit Blitzzauber anfangen? Sogleich rösten. Oh, 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 oh. Dann geht's schneller. Ich glaube... Hallo, Kater Blitz! Hey, 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 hey. Warum immer aufs Moven hier? Stirb immer? So, der ist tot! Smog Alarm! Na, super! Stirbt der mal? Ja, danke. Wir müssen uns immer noch beeilen. Denn die Gegner sind stark. Sehr stark. Und ich sollte... What the fuck? Das ist ein Wolfsheimer oder was auch immer. Stirb. Einfach mal so, ne? Naja, ich glaube nicht, dass das ausreichen wird, den Wolfsheimer fertig zu machen. Die haben nämlich das Faustig hinter den Ohren. Ach, ich blitz den einfach nochmal. Der ist eben nur 43. What the fuck? Oh, nee. Und schwach gegenüber Wasser. Nicht gegenüber Blitz. Der hat gerade mal eben Exo getötet. Okay, dann bringen wir den mal zum Ausrasten. Höllenmaske. Wurr, yeah, Jason. Yeah, töte ihn. Das dauert mir jetzt zu... lange. Äh, Mann, stirb endlich. Was ist so ein Gegner will ich nicht nochmal begegnen? Oh, den kann ich aber nicht töten. Die sehe ich jetzt schon. Warte mal. Ein sachte Eis, ne? Ach, Wasser, ne? Scheiße. Wir haben hier kein Wasser. Wir haben aber einen Kometen. Boah, wie viel der aushält. Das war's für einen. Yep. Exo ist wieder down. Aber auch Wolfsheimer. Und wir haben jetzt ein Problem. Exo ist down. Wir müssen eben wieder... What the fuck? Der Typ ist stark gewesen. Heilige. So, lebt wieder. Wer kann heilen? Er, ja. Ach, die sind jetzt auch noch traurig hier. Oh, nee. Komm schon. Noch einer. Wir haben nur noch fünf Minuten. What the... Was zur Hölle ist denn das jetzt? Was es auch ist. Es muss sterben. Hm? Das war sehr effektiv. Ach komm. Exo greife an. Du erkennst mal. Du blitzt weiter. Der ist viel zu schnell geflogen. Hab ich nicht gesagt, du blitzt? Ich dachte, ich bin geblitzt. Ja, ich hab ihn geblitzt. Ihr greift weiterhin an. Komm. Feuer an einem Flügel. Feuer an einem... Jetzt... Schau mal auf. Stirb. Ja, der nächste Person überlebt er nicht. Also, den ich dran muss. Und tot. Supi. Sauber macht, Leute. Jetzt geht's weiter. X-Tranke halt. Ja. Das war der letzte Gegner. Fast nur noch drei Minuten und 50 Sekunden. Olli. Was zum... Hey, hey, jeder. Okay, gib uns einfach die große Substanz heraus. Scheiße. Boah. Nein. Das schaffen wir niemals in der Zeit. Obwohl... Bist du nur so ein Fuzzikack? Stirb. Bitte. Schnell. Danke. Tschüss. Oh, ihr habt nie mehr viel Zeit. Komm, schnell, erinnere Machina, Machina, Machina. Oh, Wettlauf mit der Zeit. Mugen. Schaffst du es so aufzuhalten? Du hast Nerven, mir zu folgen. Ich werde dich nie vergessen. Hab jetzt keine Zeit dafür. Auf die Bremsen, Chef. Ich weiß schon, ich weiß schon, halt im Unterteil. Was ich so weiter machen werde. So direkt in Ordnung. Sorry, ich muss jetzt hier nicht lesen. Ich muss natürlich. Mal sehen, wenn die D-Mail auch wenigstens benutzen. Müssten wir die Bremsen, dann... Hey, hey, hey. Ähm... Ich glaube... Scheiße! Scheiße! Oh. Schlüsselobjekt, große Substanz erhalten. Wir waren gut. Wir waren sehr gut. Wir sind die Helden von North Corral. Habt ihr nicht den Zug von den Schirnerer aufgehalten? Die Schirnerer wollten wieder unser Leben zerstören. Es mag voller Grümpel sein. Aber es ist die einzige Heimat, die wir haben. Exo. Na, natürlich, wir wurden alle in diesen... In den Kohlebergwerden geboren und aufgezogen. Egal wie schwierig es wird, unsere Herzen glühen, Feuerhaut und die Kohle. Söhle mit Meteor. Wir sind Bergleute oder etwa nicht. Wir graben einen tiefen Tunnel und verstecken uns vor Meteor. Das ist es. Hey du, wie wär's mit einer kleinen Gabe für die Jungs, die gegen die Schirner kämpfen? Jetzt bekommen wir noch was Schönes. Ich hab's aus dem Brunnen geholt. Ist das nicht ein klasse Stein? Ultima erhalten und what the hell? Wir haben Ultima, den mächtigsten Zauber. Das muss eine schreckliche Schlacht gewesen sein. Du hast einen Arm im ganzen Körper. Ich habe schon mit dem Kleipenwirt gesprochen. Heute könnt ihr kostenlos dort bleiben. Und wir brauchen auch noch die letzte Fähigkeit von Barrett. Die holen wir uns hier auch noch. Ich sag ja, hier gibt's einiges zu holen. Die Schirner brauchen nur noch die große Substanz von einer Stelle. Vom Unterwasserreaktor. Wir kommen zuerst hin. Mit uns ständig im Rücken muss es doch noch den Schirner irgendwann zu viel werden. Wir müssen uns so beeilen. Im Moment mache ich mir Sorgen, äh, mache ich mir um ihn am meisten Sorgen. Zveneta? Ja, ich mache mir auch Sorgen um Lisa. Ja, ich mache mir auch Sorgen um Lisa. Lass uns sehen, lasst uns sehen, was beim Ideal los ist. Also, es ist unser nächstes Ziel im Ideal und das riecht schon wieder nach viel Quaslei. Aber, je, das Final Fantasy, es ist ausgelegt darauf. Viel Story halt und das macht das Spiel so gut. Die Story. Es wird viel geredet. Für welche, die lieber Action haben wollen, ist das Spiel total nichts. Denn hier ist die Story wirklich das A und O. Aber ich stelle mir gerade wirklich vor, ein Remake, was fast nur Sequenzen beinhaltet, wäre ja nicht wirklich so überragend. Egal, so, ich habe jetzt nicht gespeichert, oder? Habe ich gespeichert? Ach, Vorsicht, selber speichere ich nochmal, ich weiß, ich, 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 ich bin vergesslich, ich weiß, ich habe vielleicht gerade speichert, aber... Hey, warum nicht gleich nochmal zur Sicherheit? Ja, Goldsocer-Regel. Na gut, könnte auch ein anderer Spielstand von der Goldsocer sein, nämlich der von vorhin. Stand da jetzt was anderes? Ach, egal. Hier müssen wir rein. Denn, diese Frau war das, ne? Hey, was ist da in Meteor? Nein, die war es genau. Wird Meteor wirklich auf uns zu runterkrachen? Ich bin noch so jung, ich heirate nie wieder. Diesen Erinnerungsstück ist alles, was mir von meinem Mann geblieben bleibt. Ich gebe es euch, wenn ihr nur Meteor stoppt. Katastrophe erhalten. Ja, und wir nutzen es gleich. Denn ihr ahnt es vielleicht schon, was das ist. Das hätten wir übrigens auch noch genutzt, ne? Wo habe ich die ganzen Sachen jetzt her? Habe ich die echt noch nicht weggesch... ...verkauft? Hehe. Exo sagt einfach nur hehehe. Toll. Tja. Und damit... ...einrichten. Auf Katastrophe. Also, ja, Limit 4. So. Und jetzt würde ich mal sagen, wenn ich den Part hier und sag... Pfff, schau mal doch. Wir sehen uns. Vorm Ideal. Ja, in dem Flug, er speichere ich immer am besten. Obwohl... Eins habe ich noch vergessen zu sagen. Ich habe... ...vor der Let... ...ääh... ...vor dieser Aufnahme noch, äh... ...Schokobo-Stelle gekauft. Ich könnte dementsprechend doch anfangen... ...mit dem Schokobo-Train. Aber ich... ...ich wollte das eigentlich machen, wenn ich, äh... ...Zveneta wieder dabei habe. Von daher... ...machen wir es... ...nachdem wir in Midel waren... ...auf jeden Fall, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Euer Zveneta. ... Bis zum nächsten Mal.